nichts einfach nichts ok na dann ist tatsächlich genau nichts hier okay das sieht zieh mich krass aus die Kugel da könnte das Gerät sein gut alles was wir jetzt noch tun müssen Lass uns die Kugel zerstören. Nein, so einfach geht das hundertprozentig nicht. Es zerstört die Kugel und der Fluchtsauber wird wieder funktionieren. Gut, ich tue es. Nimm das. Eine etwas rabiate Methode, aber sie scheint funktioniert zu haben. Die Blockade ist weg. Na endlich, dann lass uns jetzt hier verschwinden. Da oben steht noch was. Hey, Dekka. Verdammt, ich habe am Hut nicht aufgepasst. Was? Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen. Du lebst? Haha. Haha. Und tschüss. Geht, geht. Flieh, solange ihr noch könnt. Dekka, halt aus. Ich bin schon unterwegs. Nein, der Tempel schlürzt voll zusammen. Hau ab, Maxon. Glaubst du, ich lasse dich hier alleine zurück? Der Tempel bricht leider ein. Iris, bringen sie zurück. Jetzt. Ah, aber. Ich sage jetzt. Flucht. Midura, ich verfolge dich bis am Ende der Welt. Ich frage mich, ob Dekka jetzt wirklich stirbt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Dekka. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich würde ihm schon nichts passieren. Er kann gut auf sich allein nachgeben. Ich hätte den Fluchtzauber nicht zu früh einsetzen sollen. Wenn du es nicht getan hättest, wären wir alle verloren gewesen. Wo gehst du hin? Ich werde für Dekka beten. Wer kann ich in dem Augenblick nicht tun? Was machen wir jetzt, Maxon? Wir setzen unsere Reise natürlich fort. Ja, wie? 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 Also, wir brauchen Dekka, Mann. Der hat einfach mit seinem Dekka-Schwert und alles gerockt. Ich würde nur sagen, wir gehen nochmal hoch, oder? Wir gehen nochmal hoch zu dem Turm. Und gucken, wie verwüstet er ist. Aber vorspeichern wir mal. Wo man kann stehen, sichern. Dekka darf nicht weg sein. Das wäre eine Katastrophe, ey. Die absolute Damage-Diele in dem Game. Das Karpay-Monster, number one. Geist nur number two. Jo, jetzt sind die Gegner natürlich ganz schön schwer ohne den. Ja, ich will nur fliehen. Ja, will ich gar nicht. Okay. Okay, da kommen wir nicht rüber. Ey, Dekka, das wäre aber irgendwie ein behindertes Ende für den, na, oder jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht. Alles bricht ein und der Maxim sagt, wir setzen unsere Reise fort. Also irgendwas stimmt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür war Dekka einfach zu cool. Wir haben mit dem zwar relativ wenig bisher erlebt. Im Übrigen, wir haben hier den Kampf gegen Gates gehabt. Jo, die Hochzeit. Und ansonsten, glaube ich, gar nichts, oder? Hm. Aber trotzdem war das halt einfach so der OP-Charakter. Und die Azur-Klötze müssen wir alle besiegen. Unbedingt. Es muss kaputt gehen. Es muss kaputt gehen. Sehr gut. 11.001 Erfahrungen. Boah. Gai wurde aufgestuft und maximale KP um 8, Stärke um 5, Bewegungsgeschwindigkeit um 4, Magische Handkaufszeit um 1 gestiegen. Sedan wurde aufgestuft und maximale KP um 4 gestiegen. MP um 13, Stärke um 1, Bewegungsgeschwindigkeit um 2, Magische Handkaufszeit um 4. Fumi wurde aufgestuft und maximale KP um 6, Stärke um 2, Bewegungsgeschwindigkeit um 1, Initiative um 1, Mut um 3, Magische Handkaufszeit um 2 gestiegen. Wollen noch so ein Pack-Lötze kommen? Die nehme ich gerne mit. Ne, blöde Löwen. Geflucht, äh, Geflucht, genau. Geflüchtet. Krytos, ups. Wir sind in der Stadt Krytos. Okay, Alter, ne, wir wollen erst mal einen Shop haben. Ja, Barbershop. Womit kann ich mich weiter retten? Boah. 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 Ein Schraubstock. Und der kann keiner tragen. Offensichtlich kriegen wir bald einen Charakter her. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das DK tragen kann. Aber erst mal Maxim, äh, boah. Um 44 erhöht, um 42 erhöht, um 42 erhöht, und um 40 erhöht. Das war nicht schlecht. Vier mal Langschwert, Multischwert, Wutring, fertig, dann lassen wir mal. Länge, rote. Speichern wir halt hier nochmal Sicherheitshalber. Friede sei mit euch, was kannst du halt, äh, heute für euch tun und ersichern. Was oder wen gibt's hier drin? Alle hässlich? Äh, ja. Sieht alles nicht so begeisternd aus hier. Möchte du, wenn ihr wählt, äh, könnt ich ein Beispiel aus der Zeug abkaufen, was auch immer. Lexus ist irgendwie komisch, aber, ah, okay, hier ist irgendwo dieser Lexus. Dieser, dieser Wissenschaftler oder sowas. Das Fixerzinsen liegt südlich von dir. Es soll ein riesiges Casino unter der Stadt geben. Coole Spiele von meinem Leben gern. Naja, von mir aus. Hallo, hallo zusammen, hier könnt ihr euch omisieren. Ich würde an eurer Stelle Lexushöhle nicht zu nahe kommen. Ich habe da böse Erfahrungen gemacht. Im Süden kursiert ein unheilvolles Gerücht. Irgendwas von vier Hellenfürsten, die die Welt zerstören wollen. Kann ja alles nicht stimmen, ne. Ihr seid fremd, oder? Wollt ihr etwas trinken? Ja, aber das ist zu harte Sachen. Nein, Limo und Apfel, das ist zu krass, man. Was ist mit dir los? Ich hörte, in Tarek gibt es besonders guten Tee. Ich hatte noch nie so gerne, was, ich hätte noch gerne Welchen bevor ich gehe. Okay, da ist ein Schiff. Aber wir gehen jetzt nicht einfach ins Schiff, oder? Okay, da gibt es eine Höhle. Ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mal in die Höhle. Oh, diese ganzen Mobs nerven. Also der eine hat schon gesagt, er würde Lexis' Höhle nicht zu nahe kommen. Willkommen in Schia-Labor von Lexis. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Nein, da will ich nicht rein, jetzt will ich hier rein. Okay, bringt's nix. Es ändert mich irgendwie ein Pokémon. Links oder rechts? Boah, keine Ahnung. Links. Willkommen erneut. Doch tritt nun ein, hinter dieser Tür soll es Laboratorium sein. Soll. Stopp. Eh nicht. Ich bin zu beschäftigt. Können wir später miteinander rennen? Nein. Wieso denn später? Stark. Sind wir jetzt allen Ernstes zufällig richtig gegangen? Okay. Ah, diese ganzen Köter schon hier, ey. Gehen wieder einen auf dem Schnürsenkel. Außerdem sind es viel zu viele. So viel könnte es nur sein, wenn Dekar dabei ist. Oder von mir ist die Tia, ey. Die, alte, die könnte ja auch mal wieder kommen, ne. Also. Okay, die sehen merkwürdig aus. Die komischen Gartenzwerge. Hier unten ist ein, ist ein Berg. Berg der Blumen. Da gibt's doch auch irgendwas. Da gibt's sogar ne ganze Menge, meine ich. Hier gibt's doch. Hier könnte es, ähm, das letzte Einhorn. Äh, das letzte oder das beste Kapselmanns vergeben. Oh, alter. Das sind ja richtig groß, die Grizzlies. Uh, die halten auch nichts aus. Wahrscheinlich sterben wir jetzt. Boah, wir müssen hier weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier schon hin sollen. 4.000 Erfahrungen. Ja, Maximum oder Aufschwung, Maximale KPM5, Mk7 gestiegen, Stärke um 2, Bewegungsgeschwindigkeit um 2, Initiativität um 5, Mach1-Amp-Schalt um 6. So, nein. Ähm, wir gehen nochmal zurück in die Stadt. Das hat seine Intergründe. Wenn diese diese viereckigen Klötzchen kommen würden, dann wäre das in Ordnung. So, ich würde gerne wissen, wo dieses Schiff hinführt. Okay, offensichtlich sollen wir da doch hin. Aber, da es schon Julo morgens ist, halb vier morgens, würde ich sagen, wir gehen hier nochmal eine Runde schlafen. Ja, 50 Gold wünsche ich eine ganz schöne Abzocke. So. Und dann gehen wir zum Papst. Benediktus sicher doch noch einmal. Okay. Ich mache es jetzt mal kurz und knackig und sage Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.